Am südlichen Zugang des Münchner Wohnquartiers Domag Park setzte die WOGENO mit der eigenwilligen Kombination eines achtgeschossigen Kopfbaus und fünfgeschossigen Seitenflügels einen besonderen städtebaulichen Akzent. Darüber hinaus schaffte sie Angebote für die Anwohner aus der Nachbarschaft, wie das Domag Casino Quartiersladen und das Sozialprojekt Mobilitätsstation mit Fahrradwerkstatt. Gemeinschaftsräume wie Spiel-, Hausaufgaben- und Musikzimmer sowie die großzügige Dachterrasse unterstützen die Gedanken gemeinschaftsorientierten Wohnens. Die 74 Wohnungen ermöglichen vielfältige Formen des genossenschaftlichen Zusammenlebens von Familien und Singles. Architektonisches Highlight ist der gemeinschaftlich genutzte, geschossübergreifende Laubengang, der sich wie eine Flaniermeile durchs ganze Gebäude zieht und alle Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche miteinander verbindet. Es zahlte sich aus, dass die Bewohner ihre Ideen von Anfang an in den Gestaltungsprozess der neuen Wohnanlage mit einbringen konnten. Nach dem Leitbild, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, bewährt sich die Vogeno als verbindender Akteur im Quartier. Flapspothe Vielen Dank.